Wurruh zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch einmal sagen würde, aber Sacrifice is back und das direkt mit einem Horrorspiel, wie ihr schon seht, mit The Alien Cube, die Fortsetzung von The Land of Pain. Es war mein allererstes Spiel, das ich Let's Played habe. Deswegen habe ich eine ganz spezielle Bindung zu der Fortsetzung jetzt. Und ja, ich dachte mir, wenn ich zurückkomme, dann doch damit und am besten mit einem Horrorspiel. Denn ihr wisst alle, ich liebe Horrorspiele. Ich bin absolut furchtlos. Und ja, was ich dazu sagen muss, wir spielen jetzt hier die Beta. Das heißt, es kann noch zu Bugs oder Fehlern kommen, denn ich habe ein bisschen früheren Zugang bekommen, worüber ich mich besonders freue. Deswegen, ja, ihr werdet dieses Video dann sehen, wenn der offizielle Release ist. Aber ich nehme es jetzt natürlich schon vorab auf. Und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt hinein. Juhu. Ist da eine neue Spielplatte? Ja, ich habe natürlich vorhin schon mal ganz kurz reingeguckt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und jetzt geht es los. Oh je. Kapitel 1, das Ereignis. Ja, wer den ersten Teil nicht kennt, also das hier ist wohl die Vorgeschichte zum ersten Teil. Wer den ersten Teil nicht kennt, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich es gleich hier rechts oben in der Ecke. In der Infobox. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da bauen wir jemanden. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Benutze VHSD, um dich zu bewegen, der Tastum zum Sprengen und C, um dich zu ducken. Oh Gott, wenn ich mich ducken muss, das heißt, dann muss ich mich wohl auch verstecken. Meine Güte, wie gut sieht dieses Spiel aus? Also. Wow, das muss man ja wirklich mal sagen. Warum habe ich hier einen Mauszeiger immer im Spiel? Das ist, äh, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber ihr seht ihn, glaube ich, nicht, weil ich meinen Mauszeiger nicht aufnehme. Na, immerhin. Ähm. Schön. Oh ne, er hat immer noch dieses versetzte Springen vom ersten Teil. Wer es kennt, wer mich dabei gesehen hat, der hat gesehen, dass ich damit echt Probleme hatte. Wie kam ich hierher? Was ist das für ein Ort? Und warum bluten wir? Haben wir, haben wir Füße? Ja, wir haben, wir haben Füße. Wie kam ich hierher? Was ist das für ein Ort? Okay, ich dachte, das wäre vielleicht was Spezielles. Was ist das? Potato Chips oder so. Ein weiterer Altar. Noch ein Altar. Ja, Mann, auf dem Bild bin ich. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Ort? Ähm. Warum sind wir das? Ja, gut. Okay. Fotografiert bei einer Sightseeing-Tour. Oh Gott, es wird gespeichert. Und das war auch, glaube ich, mein Lieblingssatz im ersten Teil. Es wird gespeichert. Dann ging es nämlich immer rund. Ich weiß nicht, will ich, will ich da lagen? Da ist es so dunkel. Ich habe übrigens schon versucht, das Spiel ein bisschen heller zu drehen. Weil ich sehe gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich sehr viel mehr als ich. Von hier aus kann ich nach draußen sehen, aber der Riss ist zu klein, um durchzukommen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Okay. Boah. Der springt aber schnell zurück. Ähm. Mein Monitor dunkelt extrem ab. Und das ist bei Horrorspielen immer ein Spaß. Hallo. Dinge, die man in einem Horrorspiel immer macht. Hallo. Was ist das da unten für grünes, englobberndes Zeugs? Ist das ein Ei? Sind das Eier? Also, ich kann mich noch daran erinnern. Im ersten Teil waren da auch irgendwelche komischen Glibbereier. Ich muss hier gerade mal ein bisschen leise machen. Wofür sind diese Zahnräder? Es scheint, als würde sich hinter dieser Power eine riesige Maschinerie befinden. Für was auch immer. Was auch immer hier angetrieben werden muss. Hier unten. Irgendwelche beweglichen Altäre oder so. Ich rede natürlich nur so viel, um mich aufzuheitern. Ihr kennt das. Es funktioniert nicht. Es scheint, dass ein Zahnrad fehlt. Ähm. Er hat eine Stimme. Er hatte ja im ersten Teil auch eine Stimme. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Wir suchen, wir untersuchen weiter diese Türen. Diese großen Steintür sind fest verschlossen. Dieser Mechanismus muss dafür sein, sie zu öffnen. Ach so. Ähm. Gut. Wo kriege ich jetzt ein Zahnrad her? Wahrscheinlich hat der S. Viech irgendwas kaputt gemacht, wo wir jetzt durch können. Lass dich nicht stören. Ich muss hier nur durch. Es ging. So nach Essgeräuschen. Da liegt ein Zahnrad. Ja, ähm. Wir sind einmal weg. Mit dem Zahnrad. Ich hoffe, eins reicht. Ach so. Ich muss das Zahnrad ja da hinten installieren. Oh no. Verdammt. Ich muss ja da hin. Oh, gut, dass ich keine schwitzigen Hände habe gerade. Ähm. Okay, wie mache ich denn mein Inventar? Macht er das automatisch? Was ist denn? Moment. Ich muss mal ganz kurz. Tastatur und Maus. Oh, vielen Dank dafür. Haben wir vielleicht auch irgendwo äh, Steuerung? So, mir wird hier Ich möchte gerne mein Inventar benutzen. Das wäre super. Kann ich das Rad vielleicht? Wobei, er hat es einfach nur hier rausgenommen, oder? Ich will nicht noch da vorne gehen. Also Ein Inventar wäre schön. So, Moment. Ähm. Maus umkern wollen wir natürlich nicht. Ähm. Grafik wollen wir auch nicht. Ich möchte eigentlich nur die Steuerung haben. Und vielleicht gehen wir doch mal nachgucken. Also nicht, dass ich wollte, aber Aber wie fies ist das denn eigentlich? Einfach nur dieses Rad rauszunehmen. Ich meine Aber mir wird auch gerade nichts angezeigt. Irgendeine Taste, dass ich irgendwas benutzen kann. Lass mich doch einfach nur das Ich weiß doch, dass es hier reingehört. Oder? Guck mal. Ich gehe jetzt mal ganz kurz noch nach da vorne. Ja, äh. Ach so. Ich bin übrigens blond. Falls es euch nicht aufgefallen ist. Ihr habt mich, glaube ich, noch Ein bisschen Oh, da gehört die Räder rein. Ich habe mich noch ein bisschen anders in Erinnerung. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ähm. Das heißt, Ich darf jetzt auch sowas Offiziell, weil ich Bin blond. Ist ja Bescheid. Was ist der? Das ist wahrscheinlich der Bald aus dem Aus dem ersten Teil, oder? Ich muss gerade mal gucken, weil hier die ganze Zeit auf Steam irgendwas passiert. Äh, das Spiel ist übrigens dann, äh, Auf Steam verfügbar. Ich glaube auch nur auf Steam. Jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Druck gewehrt hast, um zu springen. Gänsebämmchen. Es ist sogar, es erinnert mich Fast an die Stelle damals ist im ersten Teil. Aber es sieht so viel besser aus. Das Ganze ist übrigens Von einem Einzigen Menschen entwickelt worden. Von Alessandro Dusson. Dafür Muss man sagen, Es sieht echt gut aus. Im ersten Teil war es ja Irgendwie so, dass man sich nicht so weit, ähm, Vom eigentlichen Pfad Wegwagen durfte. Was ist das hier für komisches Zeug? Ist das Erz? Kann ich das abbauen? Oh, Statuette. Hast du ein Geheimnis gefunden? Okay. Gut. Was auch immer uns das bringt, Dass wir jetzt eine Statuette haben. Ähm, wenn man sich Im ersten Teil so ein bisschen Zu weit vom Weg Weggewagt hat, Dann kam immer Ein gewisser Gegner. Diejenigen, die das Let's Play geguckt haben, Er hatte einen ganz speziellen Namen. Vielleicht haben wir hier auch wieder einen Gegner Und vielleicht braucht er auch wieder einen Namen, Damit ich es verkraften kann. Ich gehe jetzt hier gerade einfach mal so ein bisschen Land einwärts, weil ich einfach gucken möchte, Ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Ich glaube, wir sollten eher so hier an diesem Fluss bleiben. Oh, das ist doch das, wo wir das Foto von hatten. Also, wo wir fotografiert wurden. Aber allerdings sah das alles Ganz anders aus. Und es war rot. Weltuntergangsstimmungsmäßig. Hallo? Erdbeben? Äh, Meteorit. Vielleicht kommt daher das Foto. Ein Foto aus der Zukunft. Au. Da ist Piepen auf dem Ohr. Ich wundere, wenn ich immer mal wieder irgendwo rüber gucke. Ihr kennt das ja. Ich gucke immer ein bisschen auf meinen Aufnahmemonitor. Hier ist schon wieder so ein komisches Flüstern. Und das kenne ich auch noch aus dem ersten Teil. Das war auch nie was Gutes. Hallo? Aliens? Es blendet so hier. Und der Monitor. Achso, es ist nicht der Monitor. Es ist die Kamera. Die Kamera ist schmutzig. Ach, dieses verzögerte Springen. Das wird mich noch fertig machen, glaube ich. Hallo? Das sieht sehr heiß aus. Ich gehe einfach auf dem Ohr. Lass uns davon gar nicht beeindrucken. Sagte sie und stand vor einer Wand. Ja, super. Das heißt, wir müssen ja da durch. So gut wir es halt könnten. Also ich meine, hier komme ich ja auch nicht weiter. Können wir uns da einfach so durchschieben? Kannst du die Äste beiseite drücken? Kannst du da hochspringen? Können wir da hoch? Also ich glaube, wir müssen da hoch. Aber, wow, das sieht alles sehr heiß aus. Was ist das? Scheinbar. Acht Uhr. Also, dieser Traum. Es war alles so echt und beunruhigend. Es fühlte sich so real an. Ähm, ich bin müde. Ich muss ans Bad und mich erfrischen. Hä? Warum ist er müde, wenn er gerade geschlafen hat? Und warum sehen wir da jetzt keine Uhrzeit mehr? Was ist das da? Ich kann es leider nicht lesen und man kann leider auch nicht ranzoomen oder so. Aber das sieht irgendwie, vom Motiv her sieht es ein bisschen aus wie so eine Todeskarte. Todeskarte. Kann man das so sagen? Ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte damit. Das ist ein schönes Bild. Hier ist eine Waage. Einmal kurz drauf, bitte, um zu gucken, ob wir vielleicht abgenommen haben durch den Stress. Also durch den Albtraum. Warum stehen hier überhaupt überall Kartons? Junge. Was stand da? Was stand da? Stand da? Benutzte Tür? Scheiter. Oh, wir haben Licht. Ist auch nicht alltäglich in so einem Spiel. Was haben wir denn da an, um Gottes Willen? Sind denn das für Opa-Hausschuhe? Drücke J, um das Tagebuch, Tagebuch, Tagebuch zu öffnen. Meine Träume. Heute Nacht schreibe ich erneut in mein Tagebuch in der Hoffnung, dass es mir dabei hilft, einzuschlafen und wieder Frieden zu finden. In den Nächten plagt es mich, dass ich immer häufiger ganz plötzlich und aus unerklärlichen Gründen aufschrecke, schweißgebadet und schrecklich müde, habe ich unmittelbar danach das unangenehme Gefühl, dass ich etwas Verstörendes erlebt habe, an das ich mich nicht mehr erinnere. Ja, verstörend? Ich meine so ein Meteorit? Das könnte auch alles auf die jüngsten Ereignisse zurückzuführen sein. Die Trennung von Jenny, der Umzug und schließlich das Verschwinden meines Onkels Edgar. Insbesondere Letzteres muss mich angesichts der Unklarheit des Sachverhalts mehr beschäftigt haben, als ich dachte. Was die Zeitung berichtet, ist in der Tat sehr seltsam. Nur Gott weiß, was mit ihm passiert ist. Mein neues Zuhause hat nicht dazu beigetragen, meine Situation zu verbessern. Vielleicht ist es einfach zu früh. Ich brauche mehr Zeit. Oh je. Ähm. Trennung. Und dann noch der Tod oder das Verschwinden, Todverschwinden eines Familienmitglieds. Können wir die Tür bitte auch wieder zumachen? Steht ja hier voll im Raum. Hallo? Licht? Oh, super. Äh. Wer kennt sie nicht? Die Bügelkissen. Ähm. Gibt es Bügelkissen? Jetzt gibt es. Ich habe mich wahrscheinlich gerade voll blamiert, weil es wirklich Bügelkissen gibt. Hm. Benutzetür. Ach, Benutzetür. Okay. Oh, wow. Also, ich meine, wenn er hier ein bisschen was draus machen würde. Andere Fliesen und anderer Anstrich allgemein. Vielleicht hätten wir erst mal Licht anmachen sollen. Ich kann nicht aufhören, über diesen Traum nachzudenken. Es war, als würde mich dieses Seltsame auf ihr rufen. Ich fühlte einen tiefen, ursprünglichen Instinkt. Ich spür auch gerade einen tiefen, ursprünglichen Instinkt. Oh. Das ist wahrscheinlich der Pozen. Und zwar nicht ranzugehen, wenn es klingelt. Sonntags. Bei mir ist nämlich gerade Sonntag. Und fährt direkt wieder weg. Das ist wie Hermes. Klingeln und direkt wegfahren. Ja, war nicht anzutreffen. Ich gucke mich jetzt erst mal weiter um. Ich kam da leider nicht hoch. Aber warum ist denn der Wasser... Ist da Wasser... Da ist Wasser in der Badewanne. Sag mal, Junge, kannst du das mal ablassen? Das ist ja... Das ist ja widerlich. Können wir nach Pipi gehen? Stress und Angst Pipi? Was liegt da eigentlich? Komisches. Also das ist Klopapier, auch wenn es sehr komisches Klopapier ist und keine Ahnung, warum es am Boden liegt. Aber ich möchte anmerken, das Klopapier hängt wenigstens richtig rum. Es gibt ja so manche Spielehersteller, die denken, es könnten die Rolle einfach anders rumhängen. Und ein Delfinteppich. Ja, ich gucke mich hier ausführlich um. Das... Wer mich kennt. Weiß es, wer mich noch nicht kennt, der wird mich jetzt so kennenlernen. Ich bin jemand, der sich generell sehr gerne umguckt. Also wir rushen hier nicht durch. Das könnt ihr vergessen. Bei mir. Also meine Mutter wäre gerade so richtig stolz. Also das Waschbeck glänzt echt mal richtig. Ja, gut, okay. Was haben wir hier auf Einkaufszettel? Auf Einkaufszettel, das war deutscher Satz. Milch, Eier, Saft, ja, Rattengift. Rattengift. Und da unten irgendein schönes Schneebild. Also, irgendwo sitzt im Schnee, im Stein. Call Pete back. Okay, wir sollen Pete zurückrufen, wer auch immer Pete ist. Oh Gott, so eine alte Dose. Und was ist das? Wie heißen sie? Mammuschka oder Petruschka? Ich weiß nicht, wie sie richtig... Ich sag eins von beiden. Schalter. Ah ja, das war das Licht. Okay, gut. Gehen wir an die Tür? Ich will, glaube ich, noch gar nicht an die Tür. Ich glaube, dann geht's rund. Ich sollte Jennifer anrufen, aber nicht jetzt. Heute möchte ich einfach nur entspannen. Warum sollten wir unsere Ex anrufen? Warum sollten wir unsere Ex anrufen? Computer. Das ist mein neuer Computer. Er hat mich ein kleines Vermögen... Es hat mich ein kleines... Er hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Dadurch kann ich jedoch häufiger von zu Hause aus arbeiten. Ja, Junge, also, was haben wir denn da? Eieiei. Also, wenn ich das Ding ein Vermögen gekostet hätte, also... Was sind das da? Was ist das denn? Energy oder irgendwelche Pillen? The Land of Pain. Witzig. Alessandro, muss man schon sagen. Autoschlüssel. Haben wir mal mitgenommen? Man hört den Wind. Irgendeine Kassette. Und ein aller... Ein aller... Ein alter Syllips Fernseher. Kennt man. Kamin. Oh, ich kann den Kamin anzünden. Oh nein. Oh nein. Wir machen das jetzt aber nicht wie im ersten Teil, dass wir dann den Kamin anlassen und ihr wisst, was passiert ist, oder? Ich liebe die Wärme des Feuers, wenn es draußen kalt ist. Warum haben wir hier lautes Spielzeug? Haben wir ein Kind? Bücher. Das ist meine Sammlung alter Bücher. Ich muss sie noch in mein Bücherregal einsortieren. In meine Bücherregal. Ja, ähm... Oder du lässt sie einfach da liegen wie diese ganzen... Was sind das für komische Kissen? Ähm... Okay, gut. Dann gehen wir mal an die Tür, würde ich sagen. Oh, da ist tatsächlich ein Brief. Große Garderobe. Und... Müllbeutel. Wer bitte... Das frage ich mich immer. Wer sammelt denn bitte Müllbeutel in seiner Wohnung? Edgars Brief. Arthur, mein lieber Neffe. Ich sag jetzt einfach mal Arthur, weil Deutsch. Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass ich tot bin. Ich habe einem engen Freund die Anweisung, dir diese Nachricht zu überbringen, falls mir etwas Schlimmes passieren sollte. In den letzten Jahren haben wir den Kontakt zueinander verloren. Das weiß ich und es tut mir leid. Mein Leben hat sich sehr verändert und ich bin nur ein Schatten des Mannes, den du kanntest, als du ein Kind warst. Ich weiß, dass es schwer für dich war, nicht zu wissen, wer deine Mutter war. Besonders nach dem Tod deines Vaters. Ich war nicht immer für dich da, aber ich habe eine schwere Phase hinter mir. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wie du weißt, war ich nie verheiratet und hatte auch nie Kinder. Deshalb habe ich beschlossen, dir all meinen Besitz zu überlassen, auch wenn das nicht viel ist. Dein Erbe besteht aus meiner Wohnung und der alten Hütte in den Bergen, die früher deinen Großeltern gehörte. Das ist alles, was ich noch habe. Naja, ich meine Wohnung und direkt eine Hütte in den Bergen, also... Was für meine mehr? Die Wohnung befindet sich im Gebäude Nummer 13. Oh, sehr schön. In der Oldwood Street in Winter Falls. Was ist... Nummer 13, Oldwood Street in Winter Falls, klingt jetzt alles nicht so romantisch. Es ist ziemlich alt und im schlechten Zustand, aber ich konnte mir nichts Besseres leisten. Unter meinen Sachen findest du wahrscheinlich einige Dinge, die für dich keinen Sinn ergeben. Ich bitte dich, alles einfach fraglos wegzuwerfen. Ich beziehe mich insbesondere auf meine Manuskripte. Sie sind sehr persönlich und wie du vielleicht erfahren hast, war das Schreiben in meinen dunkelsten Tagen mein einziger Trost. Ich bitte dich daher, sie nicht zu lesen und dich nicht mit meinen Nachforschungen zu beschäftigen. Werde alles los, damit nichts gefunden werden kann. Du findest den Wohnungsschlüssel in diesem Umschlag. Tu, was du willst, aber ich bitte dich, meinen letzten Wunsch zu respektieren. Ich habe dich immer geliebt, dein Onkel Edgar. Es ist ein Brief von meinem Onkel Edgar. Es scheint, dass er mir seine alte Wohnung in der Stadt überlassen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber ich gehe sofort dorthin. Ja, in diesen Schuhen, ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir müssen uns wahrscheinlich erstmal Klamotten suchen und vielleicht ein bisschen Namen. Einfach erstmal wegsnacken. Bringt uns das was? Und was ist das? Wein? Oder Balsamico? Lecker Brot mit Balsamico. Hm. Okay, wir haben unsere Klamotten wahrscheinlich im Schlafzimmer. Denke ich. War die Schranktür vorher auch schon offen? Ich werde Paranoid in solchen Spielen. Okay, das war... Es wird eine lange Reise. Ich nehme mal lieber meinen Kassettenrekorder mit, damit ich gute Musik hören kann. Wo ist der? Kassettenrekorder und gute Musik? Kassettenrekorder? In welchem Jahr leben wir, Junge? Ach so, habe ich eigentlich gesagt, das ist die Vorgeschichte? Das ist eigentlich die Nachgeschichte. Ich habe gesagt, das ist die Vorgeschichte, oder? Nee, nee, nee. Es ist... Jetzt rutscht hier mein Mausbild und das ist die Nachgeschichte eigentlich. Fortsetzung. Ähm. Ja, wo ist unser Kassettenrekorder? Also, ich habe vorhin eine Kassette gesehen, aber was ist das hier eigentlich? Mini-Kanone, Zigarettenanzünder, oder? Also, hier haben wir eine Kassette. Da haben wir irgendwelche komischen CDs. Bücher. Ah, da sagt er wieder das. Wo hat er denn seinen Kassettenrekorder? Wo legt man denn normalerweise einen Kassettenrekorder ab? Kästen. Oh. Ist das denn ein Kassettenrekorder? Ein Kassettenrekorder und an den gehe ich nirgendwo hin. Das ist ja so ein Oschi. Was will er denn damit? Wo will er denn den hinstecken? Den Brief lassen wir da auch liegen, oder? Es wird eine lange Fahrt. Edgars Wohnung ist viele Stunden entfernt. Okay. Kapitel 2 Das Apartment Onkel Edgar ist vor über einer Woche verschwunden und nun erreicht mich ein Brief von ihm und ich erfahre, dass ich sein einziger Erbe bin. Es ist ewig her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich war noch ein Kind, aber ich scheine ihm so viel bedeutet zu haben, dass er mir all seinen Besitz vermacht hat. Die letzten Jahre habe ich nie gesehen, wohin er gezogen ist. Nachdem ich nun viele Stunden gefahren bin, habe ich endlich mein Ziel erreicht. Die im Brief angegebene Adresse führte mich hierher. Hallo! Erstmal so einen langen Ladebildschirm und dann, wollte ich gerade sagen, und dann kann ich ihn nicht mal zu Ende lesen. So, führte mich hierher zu diesem alten Gebäude im schlimmsten Viertel von Winter Falls. Die Wohnung sollte sich in der obersten Etage befinden. Okay. Oh, sehr schön. Mit Graffitis. Fühle ich mich direkt wohl. Was steht hier? Es gibt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. They are here. Sie sind hier. Alone. Allein. I died here. Ich bin hier gestorben. Was steht hier? Demons. Demons? Heißt das Demons Drowned Me? Dämonen ertranken mich? Aber das kann man nicht lesen, oder? Nee, kann ich nicht lesen. Wow, das Summen hier. Was ist das? Oh, was habe ich mir da... Ich habe da nur ein Knäpfchen gedrückt. Ich habe es kaputt gemacht. Das kennt ihr auch von mir. Knäpfchen drücken. Hallo? Das ist nicht die richtige Wohnung. Ja, dachte ich mir. Schön. Woran sieht man denn? Ist hier irgendwo... Ah, elf. Okay. Da wird das hier wahrscheinlich jetzt zwölf sein. Da läuft auch irgendein Fernseher. Und dann ist das hier wahrscheinlich... Ah, da ist die 13. Und hier 14. Und was haben wir hier? Einen Gartenzwerg. Und da ist... Eine Statuette. Was auch immer wir damit machen können. Und warum liegt hier eine Matratze mit Alk und... Ich will jetzt gar nicht wissen, was das für Flüssigkeiten sind. Da sind wir. Das ist Edgars Wohnung. Quietschende Türen. Hm. Ich möchte wieder nach Hause. Können wir bitte die Tür zumachen. So, tschüss. Mach, was du willst. Ich wollte gerade was sagen, aber das darf ich ja nicht sagen. Ich hasse das, ne? Man weiß es ja in so Spielen, wenn die Kamera in irgendwo hin zwingt, dass dann irgendwas passiert. Ich hasse das. Hallo? Telefon. 1-1-0. Die Leitung ist tot. Hört sich aber nicht tot an. Whisky. Irgendeine... Frau. Wie lange nehme ich eigentlich auf? 30 Minuten. Oh Gott. Hallo? Licht. Das funktioniert nicht. Natürlich. Warum sollte es auch? Seite. Ich kann diesen Herrn die Seite aus Edgars Tagebuch. Nach vielen Jahren kehrte ich schließlich in das alte Familienhype zurück. Leider musste ich bei meiner Ankunft feststellen, dass nichts mehr vom Haus übrig war. Alles war zu einem traurigen Trümmerhaufen zerfallen. Unter all den Trümmern fand ich jedoch diese seltsame Truhe. Obwohl sie eindeutig sehr alt war, war sie gut erhalten, exquisit gefertigt aus edlem Holz und mit seltsamen geometrischen Symbolen verziert, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Anfangs bemerkte ich es nicht. Als ich klein war, war ich es gewohnt, alle möglich bizarren Gegenstände im Haus zu sehen, in der mein Vater auf einer seiner unzähligen Reisen entdeckt hatte. Die Truhe jedoch hatte etwas Unheimliches und Mysteriöses an sich und so beschloss ich, sie aus den Trümmern zu holen und zu versuchen, sie zu öffnen. Ich hoffe, dass das Schreiben dieses Tagebuchs mir hilft, meinen Schock bei meiner Entdeckung zu überwinden. Denn was ich in dieser schrecklichen Truhe gefunden habe, konnte nicht zu dieser Welt gehören. Okay. Ich dachte, wir sollten die Aufzeichnungen nicht lesen. Halten wir uns ja super dran. Schublade. Die Schublade ist verschlossen. Was ist das hier für ein komischer Spiegel? Was ist mit diesem Spiegel passiert? Ja. Warum liegt da schon wieder Alk davor? Hat er unser Onkel ein Alkoholproblem? Es ist ein wunderschönes Bild. Ich muss ja mal mein Kissen wieder zurecht drücken, damit ich mich da reindrücken kann vor Angst. Und da ist ein Bild umgekippt. Das würde ich gerne aufstellen. Ja, da gehe ich nicht rein. Da war irgendjemand. Und da ist es dunkel. Ach, schön, dass der Lichtschalter erleuchtet wird. Wenn es dunkel ist. Die Seiten schlappen wie wir. Ich sag's ja, Opa-Schlappen. Onkel-Schlappen. Überall ist Schimmel und Schmutz. Hat Onkel Edgar jemals sauber gemacht? Eww. Hm. Und die haben beide die gleiche Angewohnheit, Klopapier einfach auf den Boden zu schmeißen. Gitter. Mit diesem Rost funkelt etwas Metallisches. Mit dem richtigen Werkzeug sollte ich es öffnen können. Was da drunter funkelt, was? Oder welches? Meint er das Gitter hier? Okay. Hätte ich jetzt nicht... Hübsch. Ach, die Zahnbürste, die geht schon noch. Warum auch immer da so ein Krug steht. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hi. Oh Gott, Leute. Es war, glaube ich, diese Lampe hier, oder? Oh, um Gottes Willen. Kann ich die Tür zumachen? Will er gar nichts dazu sagen gerade? Ist ihm das... knallhart, der Typ. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020